Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der guten Low-Ski-Unterhaltung. Herzlich willkommen zu einem weiteren Just Cause Free. Und schade, jetzt ist es gerade weg. Wo ist jetzt? Komm, ach, gerade eben war hier so eine schöne Orki am Gang. Gerade eben war hier so eine schöne Orki am Gang. Das habt ihr vielleicht am Anfang ganz kurz noch gehört. Da haben viele Frauen sehr dezente Töne von sich gegeben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ach, Mann, da war die Aufnahme wieder zu spät. Na gut, jedenfalls, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Just Cause Free. Explodiere, explodiere. Ah, jetzt hört man das. Kleinen Moment. Ach, schade, nicht mehr. Okay, wie dem auch sei, wir haben in der letzten Folge die Region Lackos oder Alba befreit in der Provinz Lackos. Und wie kann ich denn gleich nochmal die Waffen wegstecken? Ne, hm, hm, hm. So. Was? 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 Ey. Wieso fahren die alle hier so dreist? Was? Kommt den, will ich haben hier. So, einsteigen ins Fahrzeug. Ja, komm, lass mich hier mit. Ja, nice. Hört ihr den Sound? Ja, nice. Ist das geil. So. Kleinen Moment, ich möchte mal schauen, den würde ich gerne bei mir in die Garage abstellen. Wo ist die Garage? Hier ist die Garage. Oh, wo ist die Garage? Ja, Wegpunkt setzen. Wegpunkt auf die Garage setzen. Ha, hier ist es doch. So. Wir haben jetzt Alba befreit und jetzt müssten wir eigentlich mal hier runter gehen, oder? Hier so. Einfach mal so ein bisschen Unruhe stiften. Und ich sehe schon, die Provinz ist relativ riesig, ja? Wir haben hier noch eine Siedlung und hier noch eine Siedlung. Hm, hm, hm. Oder wir machen zuerst mal rüber auf die Insel. Da hätte ich natürlich auch Lust. Aber da müssen wir uns erst mal... Hm, hm. Ich glaube, einen Helikopter haben wir doch irgendwo. Rebellenabruf haben wir. Ein Signal haben wir zur Verfügung. Das ist gut. Machen wir dann gleich mal. So. Jetzt geht's... Weg. So. Zack, 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 zack. Hier Garage ist... Oh, Entschuldigung. So, erst mal saven für die Garage hier. Sehr geil. So, jetzt haben wir... Mucha raffinativitas. Haben wir jetzt hier. Und wir können das uns abwerfen. Das ist sehr gut. Ja, weiß ich doch. Danke. So, weg da. So, wir müssen an die Küste... Nein, das war das Falsche. Wir müssen... Doch, war richtig. An die Küste müssen wir. Hm, hm, hm. Erst hier hin? Oder wollen wir uns erst unseren Helikopter abwerfen lassen? Ach komm, wir machen mal hier hin. Und dann lassen wir uns den Helikopter abwerfen. Nee, nee, nee. Uah, ha, ha, ha. So, Schiff bei Handbremse. Habe ich noch nicht vergessen. Ah, jetzt heizen wir... Uah, ha, ha, ha. Erst mal... Oh, oh, ah. Das war zu viel. Das war zu viel geheizt. So. Oh, sehr geil. Jetzt fahren wir hier die Küstenstraße runter. Ja, komm. Das kann ich doch super, oder? Fünf Daumen hoch für das beste Fahrverhalten der Welt. So. Boah, man sollte nie überholen vor der Kuppe. Ja, komm, da passen wir doch durch. Ach so, ach so, ach so. So, erst mal aussteigen hier. Ja, schön parken mitten auf dem Weg. Und jetzt... Rebellenabwurf. Und ich hätte gerne Fahrzeug. Ja, weiß ich. Wir haben den Sportwagen. Okay, wir wollen aber kein Fahrzeug, sondern wir wollen eigentlich... ...ein Helikopter. Ja, den wollen wir haben. Sehr gut. Und Special, was nehmen wir hier? Haben wir noch nichts freigeschalten? Okay. Dann wollen wir... ...die oder die, die oder die, die oder die, die oder die. Ich nehme mal die hier. Und... ...ja, richtig was Rums macht, liebe Freunde. Oder eher so... ...naja, so mittelmäßig. Was meinte? Komm, den hier. Genau, so. Und jetzt... ...anfordern. Äh... ...was, wie wir... Ach so, F-Signal werfen. Ähm, ähm, ähm. Komm hier in die Felder rein. Ich hab Angst, ich hab Angst. So, da ist unser... BAM! Ja, sehr geil, liebe Freunde. Sehr, sehr geil. So muss das laufen. Oh, ist das schön, die schönen Blümchen. Oh, okay. Was? Okay. Ach. So. Ähm. Was? Ablegen, aufheben, aufheben? Aufheben, exakt. Und was haben wir hier so? Was haben wir hier so? Nee, will ich doch gar nicht hier. Ja, nice. Sehr schön. So, und der Helikopter ist auch unser. Auf geht er, liebe Freunde. Ähm... Wie war das hier? Shift und... Ach Gottchen. Erstmal nach oben. Erstmal nach oben. So, hier ist die Brücke. Und wir wollen da hinten... Da auf die Insel da hinten. Und ich hoffe, das pausiert jetzt. Ich hoffe, das pausiert. So, und hier... Wegpunkt setzen. Zack. So, nach vorne war natürlich... Ein bisschen Fahrt aufnehmen. Was war denn runter? Ah, okay. Steuerung war runter. Gut. Achso. So, Nummer eins. Ja, komm. Ach. Was? Mit diesem Seitwärts ist es noch ein bisschen... Ach, schade. Was? Was? Boah, raus. Nein. Was? Nein. Unser schöner Helikopter. Liebe Freunde. Unser schöner Heli. Scheiße. Kann ich mich hier ransetzen? So, komm hier. Jetzt gibt's hier. Jetzt gibt's hier. Schaschlik gibt's hier. Wir haben ihn verloren. Zurück auf eure Posten. Ja, komm, explodier doch. Bam, 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 bam. Zack. Und wo ist hier der letzte? Was? Was sollen wir machen? Stromgenerator. Komm, hier. Bam. Feuerwerk. Feuerwerk. Ja, explodier doch mal. Will nicht. Okay, schade. Müssen wir so machen. Komm, liebe Freunde. So, oh, nicht ins Feuer, nicht ins Feuer. Das wird... Nein. Ja, komm, komm jetzt höll nicht rum. Ja, nice. Bam. Was? Es sind doch mehr als ich dachte. Komm, Ruhe jetzt hier. Was? Oh. Was, das war eine Ansiedlung? Das war aber jetzt. Das war aber hier. Pille-Palle, ne? Mit rechts und 40 Fieber, sage ich euch, liebe Freunde. So, unsere Kameraden sind jetzt auch schon da, wo die ganze Action jetzt vorbei ist. Ja, scheiße. Jetzt kommen wir aber nicht rüber, ne? Oder doch, komm, nehmen wir uns das Schnellboot hier. So. Zack, einsteigen. Und ab geht er, liebe Freunde. Komm, zieh. Oh, was schießen die? Ja, geil. Was ist das hier? Kann ich irgendwie aufschießen? Komm, ich will... Hier ran. Maschinengewehr benutzen. Jawohl. Jawohl. Bäm, 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 bäm. Wie ist die Lage? Sehr geil. Haben wir ihn verloren? Bitte kommen. Sehr, sehr geil, liebe Freunde. Noch irgendjemand hier, der was zu sagen hat? Ne, ne? Sehr geil. So. Auf geht's. Oh, jetzt schleppen wir das... Schleppen wir das mit. Was? Nein! Scheiße. Ja, komm, das ziehen wir zu uns. Ach, scheiße. Ja, so sch... Was? Hoch, hoch, hoch. Komm. Oh. So. Acht mal, Platz hier. Platz hier. Ein guter Tag zum Schwimmen. Nein! Wie kann ich denn diese Scheißverbindung lösen? Achso, mit V. Oh. Oh, da schwimmt jemand. Ich weiß nicht. Los jetzt hier. Ist das... Ist die Insel wirklich so weit draußen, ja? Na, komm. Ja, 50 Knoten hier. Geil. Erstmal so schön übers Wasser heizen. Bei Vollmond. Oh, ist das schön. Okay. Hat schon was. Ja, jetzt brauchst du bloß noch eine kleine Ische am Start neben dir. Und dann geht das Steil. Ja, komm. Lass mich in Ruhe. Ich will hier zu der Insel. Ich will zu der Insel. Kommt da was auf mich zu? Das hat gerade so was geleuchtet. Das ist ein Heli. Kommt, den holen wir uns mal. So. Nein! Ach. Ja, pscht. Komm jetzt. Geh doch mal hier vorne ans. Komm, Heli. Attacke. Attacke. Kannst du mal aufhören zu... Oder ist das unser eigener? Ja, nice. Feindlicher Heli zerstört. So, und jetzt... Ah, diese große hier. Oder? Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss noch mal kurz zurückfahren. Sonst komme ich da nicht hin. So, schön... Schön rückwärts hier. Ganz vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig. Acht Knoten. Ja, geil. Fährt es wieder vorwärts. Ja, das ist doch super. Genau so stelle ich mir das vor. Komm, kann ich das überhaupt von hier aus machen? Nee, ne? So, erstmal Antiboot oder was das Wort zerstört. Ganz sind Wachtürme hier. Komm. Haben wir eigentlich unendlich Munition? Das ist ja geil. Aber ich komme nicht da hoch, ne? Ach, Mann. Ja, das andere Boot macht es auch schon. Okay. Ähm, da-da-da-dum-da-dum. So. Fahren wir mal ein bisschen näher ran, ja? Wollte ich auch sagen. Was? Oh. Was? Ist das der Oberhengst? Was der Oberhengst? Boah, ich sollte lieber weg hier. Kann man ganz schön. So, Wachtürme ist... Was? Was? Du willst mich doch verarschen jetzt? In dem Moment kannst du doch nicht nachladen. Wo bist du? Ich finde, dass du ein Typ hier... So. Jetzt hat man das geschafft. Schön geparkt, würde ich sagen. Was? Oh. Nein. Nein, unser schönes Auto. Na gut. Ah, das war zu früh. Das wollte ich eigentlich. Wör auf, hör auf, hör auf. Lass mich hinfliegen. Wie kann ich denn hier... Wie kann ich denn hier... Den hacken? Ach so, kann ich hacken? Nein! Ah, jetzt geht das schon wieder los. So, ganz und ganz entspannt. Hecken, liebe Leute. Ganz entspannt. Zack. So, ganz entspannt. Krieg ich denn hier hin? Was? Nein! Ach, scheiße. Jetzt ist er mal hier mitten im Getümmel. Komm, explodiere. Explodiere. Nachschmissen. Gibt's denn nicht irgendwas, was leicht explodiert? Was? Nein! Nein! Wir sind gefallen. Was? Was ist denn jetzt explodiert hier? Nein! Also, ihr seht, es geht schon wieder genauso chaotisch los, wie es angefangen hat. Oder weiter, wie es angefangen hat. Ja, ist kein Wunder hier. Oder wir hacken erst mal die ganzen Flugabwehr-Dinger und... Das ist natürlich auch eine Variante. Komm, hier. Komm ich da hin? Nee, ne? Na gut. So. So, Assassin-mäßig hier. Komm runter! Ach, jetzt kommen wir wieder hier nicht hoch. So. Jetzt sind wir schon wieder drinnen. Na, super. Hat ja ganz gut geklappt hier. Ja, pscht. Hacken. Komm, hacken. Hacken. Ja, komm, ganz in Ruhe. Wir müssen so ein Hackerchen machen hier. Zack, 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 zack. Sehr gut. So. Und... Tschüss da! So. Der nächste. Was? Oh, nein. Kettenreaktion. Kettenreaktion. Weg, 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 weg. Was explodiert da alles? So. Schon wieder der Oberheini. Nein. Makacin. So. Jawohl. Sehr geil. Schaut euch das an. Bam, 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 bam. Kommando los. Bam. Oh. Oh, das war gut, dass wir hier... Das war gut, dass wir jetzt hier weggegangen sind. Was? Oh, schnell weg, schnell weg. Oh. So. Wer schießt hier auf uns so böse? Wer schießt hier auf uns so böse? Was? Was schießt denn hier auf uns so ganz böse? So. Erstmal gemütliches Häckerchen wieder. Oh. Wo sind ja die Nächsten? Haben wir noch was vergessen? Nee, ne? Hier oben haben wir nichts vergessen. Ah, da drüben ist noch einer. So. Zack. Genau. Oben drauf. Ich frage mich, warum die mich nicht bekämpfen? Sehen mich gerade nicht, oder was? Ah. Nice. Das sind unsere eigenen, oder? Kann das sein? Ja, die anderen... Was? Komm hier. Du bist gewischt. Was bist du? Wow. Wow. Das ist kein Problem. Dauerfeuer. Abenteuer Dauerfeuer. So. Jetzt geht's los, liebe Freunde. Ich möchte Schützenposition ein... Was? Nein, möchte ich nicht. Ach. Was könnte mich so schnell zum Brennen bringen? So, jetzt sind wir ganz clever umgangen. Sind wir dem? So, hier ist der... Bunker! Bunker! Was? Hinter mir! Komm hier. Komm hier. Bam! Oh, oh. Ich hab Angst. Wow! Was? Hat noch nicht ausgereicht? Was? Hat noch nicht ausgereicht? Komm hier! Oberheini! Ah, ich glaub, ich sollte mich vom Acker machen. Mal kurz. So, mal kurz das Hackerchen. Zack, 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 zack. Nächste befreien. Ähm. So. Komm hier. Bam! So, erstmal ein bisschen Muni. Ich hab eigentlich Bock. Kann ich das hier, das Snipergewehr? Ne, das ist kein Snipergewehr. Ah, warum nicht? So. Was? Was, wichtige Person ausgeschalten? Aber wir haben doch gar nichts gemacht. So, auf geht's, liebe Freunde. Jetzt geht's richtig los hier. Komm. Komm. Haben wir alles aus... Oh, nein. Oh, oh. Wir haben nicht alles ausgeschalten. Das ist natürlich schlecht. Was? Weg. So, hier oben drin sind wir sicher. Hoffe ich. Oh, oh. Ja, genau. Ich komm hier nicht hoch. Was? Oh. So. Jetzt sind wir. Habt ihr das gerade gesehen, wie gerade der Jeep runtergestürzt ist? Was? Er ist nicht mehr da. Schade. Ja, jetzt. Psst. Ganz ruhig. Ähm. Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich so ein bisschen den Überblick gehoben. Was? So. Lass mal ein bisschen... Ja, lass mich da erstmal hier kurz noch Hackerschen machen. Hackerschen, Hackerschen. Da oben ist noch einer. Und hinter mir. Was? Wie kommt ihr denn hier hin? So, weg damit. Schrott bleibt Schrott. So, da oben du noch. Du weißt auch nicht, wo ich bin. Macht nix. Zack. Das mit dem hier. So. Oh. Tut mir leid. Haben wir jetzt hier oben alles? Nee, ne? Haben wir nicht. Ach. So, jetzt machen wir mal hier. Was? Nein. Ach. Psst. Ganz ruhig jetzt hier. Ruhig. Immer mit der Ruhe. Wieso kann ich da... Wieso könnte ich da keine komische Miene anheften? Das ist doch kacke. So, dich habe ich gesehen. Kann ich... Kann ich jetzt sagen tschüss? Was? Nein. Wie kann ich denn jetzt hier... Sprengen? Sprengen? Ah, mit Kuh. Na, gucken wir uns doch an das Ganze hier. Ja, war... Äh, super effektiv war das. Klasse. So. Und mit Kuh zünden. Komm hier. Bam, bam, bam. Jawohl. Komm. Komm. Nee. Nee. Ach, scheiße. Doch, sieht doch so aus, oder? Äh. Müssen wir nochmal hin. Komm. So. Und noch einmal. Jetzt kommt die große Schüssel hier. Bam. Was? Immer noch nicht? Oh. Den habe ich doch hier schon gehackt gehabt eigentlich. Orientieren die sich wieder um, wenn man... Orientieren die sich wieder um. Das ist ungefähr so, als ob... Uah. So. Bam. Komm, 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 komm. Bam. Was? Spawnt immer wieder neu hinter mir? So. Wir schauen mal, können wir jetzt hier oben gleich hin... Die tödlich auch. Dum, 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 dum. Ja, wieso... Kann ich... Was? Aha. Ach. Das... Nee, hat man doch gerade. Jetzt, hier, komm. Jetzt, jetzt. Bam, 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 bam. Explodiere! 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 Warum geht das nicht? Oh. Uah, weg hier! Weg hier! Weg hier! Nein! Uah. Liebe Freunde, das ist sehr hektisch. Sehr hektisch. Uah, Panik. Um nichts zu sagen, sehr große Panik. Wir haben noch irgendwo einen Scheiß-Transformator vergessen. Ich habe keine Ahnung, wo. Vielleicht da unten, ne? Aber eigentlich... Aber eigentlich... Ah, da vielleicht. So, was war das? Ist irgendwas kaputt gegangen gerade? Wir haben noch eine Satelliten. Ach so, das ist die große. Warum geht die nicht kaputt? Haben wir irgendwo hier großes, ganz böses... Ah, da unten ist noch was. Ne, das ist ein Waffen. Hier schießt einer auf uns. Komm! Komm, explodier! Hat nicht so ganz geklappt. Das ist aber doof. Warum kann ich denn hier nicht mit meinen Minen? So. Und jetzt schauen wir nochmal zu, ja? Ja, nice! Uah. Weg, weg, weg in den Buker. Schnell, schnell, schnell. Buker. Uah. So. Große Schüssel zerstört. Wo ist denn jetzt dieser komische... Da unten ist noch eine Batterie. Und ein... Gibt's doch nicht. Jetzt snipert schon wieder jemand auf mich. Oh. So. Den hätten wir. Was ist da noch? Was? Oh. So. Und was haben wir jetzt noch? Ah, da drüben ist noch was. Oder? Nee. Wo haben wir denn jetzt hier diesen einen komischen Transformator vergessen? Hier ist leer. Hier ist alles super, liebe Freunde. So. Wir nehmen mal... Was haben wir hier so? Zack, zack, zack. Mitgenommen. Hier ist alles soweit... gemetzelt. Ach, wie ich dieses... Da muss noch irgendwo ein ganz großes Transformator-Ding sein. So. Gehen wir mal hier hin. Na, komm. So. Ach, da unten, liebe Freunde. Seht ihr das auch? Ja, komm. Ja, komm. So, Nummer 1. Komm, jetzt geht es kaputt. Jawoll. Mann, 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 liebe Freunde. Das war jetzt aber ein bisschen hier. Ein bisschen hier, ne? Wie ich das immer hasse, dieses Rumsuchen und so weiter. Ah! Ja, okay. Ähm. Das war's dann erstmal für diese Folge voll von Chaos, Feuer, Riesen-Satellitenschüsseln, MGs, ähm... Ja, militärischen Fahrzeugen, explodierenden Fässern und was weiß ich nicht, was wir alles gesehen haben. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann dabei seid bei einer neuen Folge von Just Gores Free, unserem Explosive-Game. Macht's gut. Bis dahin, euer Dude. Ciao, ciao. Bis dahin, euer Dude. OULDUで Laura систolized im Managed R 생겼 응? millennial messed etwa aus. One is the loneliest number since the Nummer 1. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.